Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute, weil ich heute Abend beim Geburtstag von Sturmwaffel bin, einen Kuchen zusammen mit Nah backen und werde es euch zeigen. Es wird übrigens einen M&M KitKat-Kuchen geben mit viel Schokolade. Das habe ich schon zweimal gemacht jetzt. Geil. In der Sturmwaffel. Bäckerei, gibt es manche Leckerei. Bäckerei, gibt es manche Leckerei. Wir machen doch Co-Train. Prank. Just a prank, bro. Just a prank. Oh, it was just a prank, bro. Okay. Oh, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.